Hi, ich bin Alarisa. Ich bin für die Kommunikation und das Marketing des Disability Talent Programms zuständig. Hallo, ich heiße Daniel und bin Disability Talent Koordinator. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben, falls ihr Fragen habt. Bist du erfolgreich im Studium mit Behinderung? Dann suchen wir genau dich. Wir bieten dir die Möglichkeit, mit namhaften Firmen zu netzwerken und Shop-Shadowing zu betreiben. Des Weiteren unterstützen wir dich im individuellen Karrierecoaching sowie in Skill-Building-Workshops. Wir suchen genau dich. Du kannst dich für das Disability Talent Programm bis zum 15.03.2018 bewerben. Informationen findest du auf unserer Website unter www.disability-telling.com Bewerb dich jetzt! Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Bis zum nächsten Mal!